hallo ich bin unterzuckert ich brauche ein kinderriegel moment ich glaube die sensitivität ist nicht ganz konform ich sehe gerade wie es in meinem aufnahmeprogramm ist ich glaube das wurde hier jetzt eher zu e-rape but i don't care wir haben uns heute hier versammelt weil mein kanal ein müllkanal ist es ist aber auch glaube ich eben bekannt ja ich habe jetzt youtube seit etwas über einem jahr hier am laufen habe es aber nie irgendwie aktiv gemacht ich habe halt ein video mal gemacht wenn ich mal zeit hatte oder lust hatte oder ich meine ich habe da auch noch schule gehabt damals jetzt nicht mehr vielleicht nicht so die schlauste idee dunkle schokolade oder während eines videos zu essen am ende habe ich noch so zwischen den zähnen hängen geil aber ich habe okay kamera verschiebt dich halt einfach ich hab das nie so ganz aktiv gemacht und deshalb dachte ich mir wow die sonnenseite hat mir ein video vorgeschlagen so startest du deinen erfolgreichen youtube kanal 34 tipps für anfänger da dachte ich mir sind zwar kein anfänger aber ich werde wahrscheinlich hier 24 tipps kennenlernen die ich absolut alle nicht befolge und ja letzter fucking dudus nummer eins einer der entscheidendsten und ersten schritte ist bevor du deinen kanal startest deinen inhalt sorgfältig zu planen er sollte interessant und fesselnd sein je mehr menschen sich angesprochen fühlen desto mehr menschen werden deine videos anklicken und bis zum ende anschauen okay bluetooth box ich hab's gecheckt ich habe kein input dir gegeben sorry funfügt über meine videos ich habe bisher noch kein einziges video in irgendeiner form geplant ich habe einfach hier alles angeschmissen und habe darauf losgelabert deshalb sind meine videos auch so zusammenhangslos so schlecht strukturiert und einfach müll also ich habe hier nie irgendwie ein skript liegen oder jokes die ich machen wollte oder dinge so ob meine videos interessant sind i don't fucking know ich kann nur so viel sagen wenn ich meine videos nicht schneiden würde nicht so bearbeiten gut ich bearbeite sie auch etwas zu viel wenn ich bin wenn ich sie nicht so bearbeiten würde dann werden sie glaube ich so unnormal langweilig sein ich weiß nicht ob meine persönlichkeit dafür ausreicht das ganze hier so spannend zu machen ich bin nicht jemand der gerne so übertreibt im sinne von wow wie krass versteht ihr was ich meine so überdreht das kommt dann halt im editing dran aber ne ich fühle mich so halt unwohl wenn ich das vor der kamera machen würde deshalb mache ich nicht und das würde mir auch glaube ich nicht gefallen wenn das dann so im endresultat wäre warum rede ich gerade so schnell und deshalb ja also falls ihr euch jemals gefragt habt weshalb meine videos so chaotisch sind that's the reason nachdem du ein thema für deinen kanal ausgesucht hast halte daran fest wenn zum beispiel das hauptthema deines kanals ist ein schminktutorial eher uninteressant für deine zuschauer was mache ich wie kommt denn ich rede über irgendwelche scheiße rose leute und laber über mich selber welche kategorie ist das ich könnte mich jetzt nirgends einordnen was ich jetzt auch nicht machen werde weil sonst wird wieder in ihr und sagen du ordnest dich dazu ein lachhaft ne keine ahnung wie sagt ich einfach das hoch worauf ich bock habe ich mache es aber auch immer so dass ich meine videos so dann bearbeitet dass auch wenn man sich erstmal denken okay ist dieses video thema für mich was das ist an einem trotzdem gefallen könnte also ich finde ich gebe mein bestes um es eben trotzdem für alle meine abonnenten interessant zu machen auch wenn es mal andere themen in andere richtungen sind im try my best aber ich kann es nicht immer garantieren wähle einen einmaligen prägnanten und leicht zu merkenden namen für den kanal der zusätzlich den inhalt beschreibt okay wow noch nie habe ich in so einem punkt so hart gefehlt wobei es sind noch einige die auf uns zukommen aber mein name ist einfach mein name zwei punkte und unterstrich ergibt auch absolut nicht dass wieder was ich mache oder ist luka hat es irgendwie eine andere bedeutung als ein name als es irgendwie dieser typ bros sind andere menschen rostet sich selber aber noch mehr und hat eigentlich absolut keine hobbys ist halt auch zu lange für einen namen gewesen ist halt die sache und prägnant und einprägsam ja blöd nur dass ein anderer vier millionen schwerer youtuber genauso mit vornamen heißt seinen namen ähnlich genannt hat beziehungsweise noch ähnlicher genannt hatte ich werde aber meinen namen garantiert nicht umändern weil der emoji da drin der unterstreicht einfach meine mood lege besondere aufmerksamkeit auf dein profilbild es sollte klar und anschaulich sein okay profilbild und banner ich habe eine confession die ich machen muss ich zeige euch jetzt mal wie ich mein profilbild und mein banner gemacht habe ich habe ihn selber gemacht aber wie ich sage euch ihr werdet wahrscheinlich komplett die hoffnung in mich verlieren aber ich dachte mir ich habe weder irgendwie photoshop noch irgendeinen anderen scheiß mit dem ich sowas machen könnte deshalb habe ich pragmatisch gedacht und sowohl meine endcard als auch mein als auch mein profilbild in fucking geometry dash gemacht ja es ist kein joke und so sieht das dann im spiel an sich aus ich bin kreativ zurück zum video sonst wird es hier noch sehr cringy wenn es dein ziel ist mit deinen videos geld zu verdienen dann achte darauf dass deine videos keine kontroversen themen behandeln wie zum beispiel politik oder tragische ereignisse vermeide außerdem unangebrachte ausdrücke und verhasst inhalt überprüfe auch bestimmte worte die auslöser für eine löschung deiner videos sein könnten diese worte erscheinen dir zunächst absolut unschuldig monetarisierung bei mir einfach ich kann es zwar noch nicht deshalb geht mir gefälligst 1000 abos und 4000 stunden watch time damit ich endlich meine videos monetarisieren kann ich glaube eh nicht dass ich meine videos irgendwann mal monetarisieren kann bei meiner ausdrucksweise ist das eher schwer wenn ich ehrlich bin und was soll dieser spoiler am ende like diese worte erscheinen zunächst echt unscheinbar lampe oh shit ich wurde gelöscht besorge dir das richtige equipment dein inhalt kann super cool und nützlich sein wenn aber deine videoqualität grauenvoll ist wollen die meisten menschen ihre zeiten nicht mit verschwommenen bildern verschwenden kann ich ja mal einen ganz kurzen eindruck geben wie mein studio aussieht also hier haben wir mein wundervolles setup zwei softboxen inzwischen da sieht man mich ein unaufgeschreibter schreibtisch der eigentlich da steht aber hier ist dreckig und das ist meine kamera die nicht bei mir gehört sondern eigentlich meiner schwester soviel dazu ich würde sagen es nicht das schlechteste könnte auch genauso gut mit dieser ruine aufnehmen und dann einfach da drauf schneiden und dann ist zwar die qualität furchtbar like minecraft von der auflösung aber ich habe tatsächlich ein bisschen geld investiert ist dass du eine große anzahl an followern gesammelt hast stelle sicher dass jede sekunde deiner videos einen sinn hat mir den besten inhalt und schneide alle langweiligen momente der stille heraus so bleibt der zuschauer aufmerksam während eines videos okay wow eine sache die ich zum ersten mal wirklich zu nein ich erfülle sie absolut gar nicht eigentlich ich schneide zwar sehr sehr viel raus also teilweise echt nur so zwei drei frames zwischen wörtern weil da einfach eine atempause drin ist die ich nicht drin haben will aber ich lasse halt sehr viel unnötige informationen die ich aber trotzdem lustig finde drinnen nicht weil ich irgendwie das video länger machen will sondern weil ich einfach keine ahnung dass in dem moment lustig finde und weil die leute wahrscheinlich trotzdem interessieren könnte ich meine wenn man jetzt mal schütze also mal das volkan video anschaut oder das video wo ich zeige was ich mir alles auf instagram gespeichert habe da habe ich intros die dauern mehr als zwei minuten andere sind also ja hallo wir gehen jetzt ins video thema rein und dann sind sie drin ich erstmal eine story time über meine lehrerin ne also es sind definitiv sachen die ich kürzen könnte mach ich aber nicht weil wie gesagt man soll ja auch einzigartigen inhalt machen und dann mache ich meinen halt einzigartig anders wird keine ahnung solltest du neu bei youtube sein und das bearbeiten von videos fällt dir noch etwas schwer dann benutze keine erweiterte bearbeitungssoftware wie final cut pro versuche zuerst etwas simpleres und einfacheres kleinen tipp kann ich geben wenn ihr eine gute bearbeitungssoftware haben wollt die echt viele funktionen hat und ist jetzt kein product placement like what the fuck ich würde mit mir product placements machen benutzt davinci resolve das benutze ich auch weil ich will kein geld investieren in irgendeine schnittsoftware die ich dann nicht benutzen kann weil ich so dumm dafür bin also davinci resolve ist echt gut man sieht was für den müll man damit einstellen kann ich meine ihr habt sicher schon mal ein video von mir gesehen investiert lieber diese null euro in davinci resolve damit kommt ihr bestimmt gut zurecht und notfalls tutorials tutorials gibt es im internet wie sand am meer schaut euch die an verpflichtet dich selbst dazu mindestens dreimal die woche neue videos zu veröffentlichen statistisch gesehen sind diese kanäle erfolgreicher und generieren bedeutend mehr klicks als andere dreimal die woche erstens der kalender in dem video hat nicht dreimal die woche sondern alle zwei tage angezeigt aber ich brauche für meine videos stundenlang zum schneiden ich schaffe nicht mehr als eins die woche vielleicht tue ich ab und zu mal eins dazwischen werfen aber never in my life schaffe ich drei videos die woche da hätte ich direkt schon nach einer woche ein burnout wenn ich für ein video 20 stunden zum schneiden brauche dann will ich eigentlich nur noch filmen schneiden schlafen essen ende dein inhalt sollte simpel genug sein um in regelmäßigen abständen produziert und in kurzer zeit ich will aber meine videos nicht einfach bearbeiten ich würde mir da selber auf den sack gehen ich finde meine videos müssen eine gewisse art von pep drin haben ist natürlich ansichtssache ob man es gut findet oder nicht aber mir gefallen meine videos stell dir einfach mal vor du lädst videos hoch die dir nicht gefallen wie beschissen wäre das denn ich mache videos einfach so wie ich sie mag brauche dann dafür auch so lange wie ich brauche und dann ist es halt so ich meine ich könnte doch einfach gar keine videos machen gut dann werdet ihr wahrscheinlich nicht so verblödet aber ich würde auch niemals beispielsweise das schneiden meiner videos aus der hand geben weil das schneiden ist eigentlich da wo meine videos dann richtig form bekommen und wenn ich das aus meiner hand geben würde könnte ja jemand kompletten müll machen wie es mir gar nicht gefallen würde und deshalb das werde ich niemals weg geben wenn du bereits viele vertrauensvolle zuschauer hast kannst du dein video mit einer nicht zum thema gehörenden information beginnen um dann eine plötzliche verwendung zu nehmen und es mit der hauptidee eines videos zu verbinden wenn man genau das im video gezeigte beispiel nehmen würde dann würde man den shitstorm seines lebens bekommen wenn man das vor allem noch als titel macht weil jeder sagen würde bitch das war fucking clickbait die titel deiner videos sollten kurz und faszinierend sein um deine zuschauer dazu anzuregen sie anzuklicken meine titel sind furchtbar wenn ich das mal so kurz zusammenfassen darf habt ihr euch mal angeschaut man braucht dafür ein sprachstudio um die titel zu verstehen wir sind so dumm aber ich werde sie aus gutem grund einfach weil ich normale titel auch langweilig finde ich mal wenn deine titel aussehen wie jeder andere titel dann fangen sie auch nicht auf meine titel sind wenigstens nicht irgendwie sinnfrei wie rebecca wings videos sind immer noch was im video zu tun aber sind trotzdem anders you get the point kreiere die miniatur ansicht und erzähle eine geschichte das bild sollte deinen zuschauer neugierig machen und sie sich fragen lassen was als nächstes geschieht und was dazu geführt hat warum nennen die das thumbnail miniatur ansicht ach ja und meine thumbnails ich habe tatsächlich noch nie länger als fünf sekunden für ein thumbnail gebraucht einfach weil meine thumbnails irgendein beschissen aussehen da screenshot aus meinem video ist ihr könnt einfach mal ein spiel spielt jedes thumbnail von mir dass ihr von einem video seht ist im video wieder zu finden exakt so wie es ist lange videos können dir helfen deine zuschauer zu verbessern trotz der verrufenen aufmerksamkeit heutzutage werden videos mit zehnminütiger länge öfter von youtube empfohlen als kürzere videos bei mir ist bisher so ein großes zeitspektrum da jetzt mal an dauer wie das video dauer kann ich mein kürzestes das vier minuten 30 oder so ähnlich mein längstes über 23 minuten ich habe auch nicht gesehen dass das kürzere video deutlich häufiger als das vierminütige angeschaut wurde sondern bald gleich oder wie immer eine weitere tolle idee ist die zusammenarbeit mit anderen youtuber ihr könnt füreinander werben über den endbildschirm oder indem ihr einander im video erwähnt wer würde mit mir denn ein video machen wollen bisher erst ein einziges mal eine andere person live in einem video vorgekommen und das war für 20 sekunden oder so weil sie über englisch abgerantet hat hier mal sehen was noch der letzte tipp ist ignoriere das negative feedback das du vielleicht bekommst es ist unausweichlich denke daran dass egal wie nützlich und ansprechend dein inhalt ist es gibt immer menschen die versuchen dich niederzumachen indem sie hasserfüllte kommentare hinterlassen lass dich davon nicht entnutigen ja also das ist bei mir auch so eine sache ich habe noch nie wirklich hate bekommen außer von diesen ganzen rebecca wing fans den ich übrigens absolut nicht ernst nehmen kann ich habe mich tatsächlich mehr über diesen hate hate gefreut weil diese leute einfach absolut kein deutsch können das soll jetzt nichts gegen analfabeten und legaszeniker sein aber es sind halt ausschließlich leute die schlechte grammatikern die ihre videos anscheinend schauen ich weiß nicht wie das geht anscheinend zieht sie die magisch an ja aber ansonsten wenn jemand wirklich ernsthaft auch bei einem anderen video irgendwie schreibt scheiße nenne ich mir so hat er recht ganz ehrlich ich habe schon so viel hate in meinem leben erlebt im echten leben da weiß ich wie es ist damit umzugehen und habe auch da ganz gut meine taktiken ich lasse auch sowas absolut nicht nah an mich rangehen weil das wäre etwas super dumm ich weiß dass heute gewesen etwas ernst und zurückhaltender geworden wahrscheinlich auch nicht so geeditet ich weiß es nicht aber ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen ich denke es hat gezeigt dass ich wer bin der am schlechtesten solche tipps die zu erfolg führen umsetzende youtuber bin hat es sinn gemacht keine ahnung ihr wisst was gemeint ist ich werde aber voraussichtlich nichts an meinem kanal ändern eine sache die ich auch noch ganz kurz ansprechen wollte ich bin auch jemand ich hasse es vielleicht oder für abos zu betteln weiß nicht ob das euch mal aufgefallen ist ich habe immer gesagt wenn euch das video gefallen hat und dann irgendeine müllsache keine ahnung schiebt euch ein locher hinten rein oder so nie habe ich wirklich gesagt ja gibt unbedingt ein like wenn euch das video gefällt oder am anfang ist das bin ich ja ultra bescheuert wenn leute sogar am anfang kommen so ja gibt doch dem video jetzt schon mal einen daumen nach oben und abonniert meinen kanal ich meine klar es gibt sehr viele leute die dann tatsächlich auch den youtuber abonnieren und dem ein video geben nein ein leid geben aber ich finde sie einfach achte ich mein sowas sollte dann wenn dann aus eigenmotivation kommen mir ein abo zu geben oder mir ein like zu geben wenn das video auch wirklich gefällt genauso auch mit dem dislike verstehe ich nicht weshalb man das geben würde weil es letztlich immer noch interaktion bringt und dem youtube was ist zwar da dann plus eins bei dem dislike counter aber als ob es mich interessiert mein rebecker wegen video hat wahrscheinlich zum zeitpunkt wo dieses video rauskommt über 65 dislikes und ist trotzdem interaktion hilft dem algorithmus oder bzw dem video vom algorithmus erkannt zu werden naja aber ich freue mich natürlich über jedes abo und jeden like so ist es nicht aber ich will halt einfach nicht drum betteln weil ich das irgendwie unangenehm finde und deshalb wenn euch das video gefallen hat dann werft keine batterien in in den wald okay brah bis zunächst depression immer wieder wieder ja 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 ja